Hallo, ich heiße Jeffrey Chauleau. Ich weiß, dass mein Name ist schwer auszusprechen. Doch der Fußballer mit dem unaussprechlichen Namen nimmt mit Humor. Es ist lustig. In Holland ist es einfach, um es auszusprechen, aber in Deutschland ist es immer schwer. Jeffrey ist ein echter Familienmensch. Lebensgefährtin Aydana, Familienzuwachs Matteo, drei Monate alt, Hund Mia und natürlich der dreijährige Sohn Jason sind sein Ein und Alles. Der kleine Jason ist, ganz der Papa, ein großer Fußballfan. Er ist immer bei allen Spielen im Stadion mit dabei. Er fiebert mit, jubelt und hält dem FCA die Daumen. Und das ist gut so. Der Niederländer hat erst im Januar 2016 seinen Vertrag beim FC Augsburg unterschrieben. Davor war der Abwehrspieler beim holländischen Erstligisten Azed Alkmaar. Den FCA kennt der 24-Jährige aus zwei Duellen in der Europa League. Als das Angebot aus Augsburg kam, musste er nicht lange überlegen. Es war immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Das ist etwas, was mir sehr liegt. Naja, und als sich die Chance ergeben hat, dass ich zum FC Augsburg wechseln kann, war es eine klare Sache für mich. In Augsburg hat sich die kleine Familie Chobelow gut eingelebt und fühlt sich mehr als wohl. Es ist jetzt ihr Zuhause. Das Wichtigste ist, dass meine Familie bei mir ist. Bei uns in Holland sagt man, da wo die Familie ist, das ist das Zuhause. Und das ist wahr. Beim FCA haben wir eine tolle Mannschaft, nette Mitspieler. Sie alle haben mich von Anfang an unterstützt. Es ist auch toll, dass mein Landsmann Paul Verhag da ist. Auch er hilft mir. Sie alle machen es mir leicht. Die Bundesliga für Jeffrey Chobelow eine neue, spannende Herausforderung. Er will alles geben, damit sein Verein, der FC Augsburg, erfolgreich bleibt.